Leute, wir sind im Paradies, hm? Seit Jahren versuchst du, deine Schwester zu finden. War die beste Zeit damals, oder? Du und ich und das Meer. Lauf! Lauf! Hallo, Harry. Kennen wir uns? Alexandra. Du kannst dir nicht vorstellen, wer hier ist. Sie lebt. Alexandra war 13 Jahre lang in Thailand in einem Gefängnis inhaftiert wegen Drogenhandels. Sie hat auch während der ganzen Zeit überhaupt keinen Kontakt zu ihrer Familie gehabt. Wollte sie nicht oder konnte sie nicht? Ihr wart dabei damals. Ihr alle. Was ist, wenn es gar nicht das Geld, das hinter dem sie ist? Ich stelle die bloß einen nach dem anderen. Aber jetzt rede ich gerade von vier Existenzen, die ganz einfach ruiniert werden können. Sie wissen, was sie tragen nicht. Sie haben die ganze Zeit. Sie haben die ganze Zeit mit einem Kronen gezwungen. Entspannend nie mit einem Mann schnapp. Sie haben die Luftgepreden��ternet. Sie haben die ganze Zeit zum Gebäude. Sie haben die Zeit gemacht.